Hallöchen, ich warte schon seit Tagen darauf, dass die Sonne endlich mal rauskommt, damit man wieder ein schönes Video machen kann. Sie will immer noch nicht rauskommen, okay, aber es wird langsam wieder Zeit für ein Video und ich wollte mal wieder ein paar schöne Schuhe ausführen, euch zeigen. Deshalb probieren wir einfach mal, inwieweit wir ohne die schöne Sonne zurechtkommen. So, 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 so. Das war's für heute. Okay. Okay. Ups. Da war der Schuh auf. Eine lustige Konstruktion, dass man Schuhe auch innen zu macht. Aber okay. 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 Und schon wieder. Ich muss sagen, die Schuhe sind nur was für Leute, die einen breiten Gang haben. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich mache mir die beim Gehen immer selber auf. Ich muss das Breitbeiniger gehen wahrscheinlich. Dann passiert das nicht mehr. Ne, kann ich nicht. Okay. 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 Vielen Dank. So, das war es für heute. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich hoffe, man konnte mich irgendwie sehen. So ohne Sonne. Ich habe extra gedacht, ich gehe ein bisschen in die freie Prärie, damit es ein bisschen heller wird. Aber naja, gut, wir werden sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen restlichen Tag, einen gemütlichen Abend und dass wir uns doch bitte als bald auch wiedersehen. Tschüss.